Nack, nack, ich bin eine Ente. Und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von... Ist das kalt hier? Nein. Vom Biomutant. Ich bin immer noch... Nein, hier. Ich bin immer noch hier oben. Und ich habe jetzt das gefunden, was mir noch fehlte. Und dann werde ich hier hingehen, um den Schnellreisepunkt zu bekommen. Und dann machen wir das. Und dann haben wir auch erstmal hier genug. Weil ich glaube, wir können zum Moog zurück. Und das sollte ich mal tun. Hier ist ja auch noch was. Und dann schauen wir mal weiter. Jetzt mache ich erstmal so. Weil ich habe hier noch gefunden, was ich übersehen habe letztes Mal. Die Eingeber müssen verbunden sein, damit der Kopfkasten startet. Aha. Gott sei Dank. Das ist eine Kopfsache. Es geht um Software, nicht Hardware. Erfolg ist innerer Frieden. Ja. Jetzt gehen wir aber weg hier. Ich meine, mir ist zwar nicht kalt. Wie man sieht, da war der Schatten. Bevor alles andere da war. Und da können wir, glaube ich, durch, ne? Ist da eine Höhle? Das müsste so eigentlich eine Höhle sein, ne? Ja, da können wir durch. Da ist dann auch gleich noch ein Haus. Wir können aber auch noch da hin. Da war ich auch noch nicht. Und da war ich auch noch nicht. Und da war ich auch noch nicht. Und da... Oh, viel zu erkunden. Und da bei denen ist auch noch was. Du hast ein Fell. Komm her. Ich hab keins. Da ist er. Komm schnell weg hier. Da unten waren wir ja eigentlich schon. Ja. Oh. Du, das tut mir leid. Das hab ich nicht gewusst. Das war auf der Mappe nicht zu erkennen. Nix da. Mein Ressourcenturm. Da hinten ist auch noch irgendwas. Oh, hier ist noch viel, 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 viel. So, dann suchen wir es gleich noch mal. Oh, der Schatz hier ist da. Äh, falsch. So, hier. Ach, Mensch. Ach, dann kommt man... Ach so, das war ja so. Den kriegt man nicht größer, ne? Ich würde ja gern was sehen. Huch, da ist der Fluss. Ach, wen haben wir denn da? Oh, was ist denn mit dir? Na, wenn du mir nix tust, tu ich dir natürlich auch nichts. Das ist doch logisch. Es ruckelt wieder, ne? Ich hab Grafikkartentreiber-Update gemacht. Es gab wieder einen. Es ist aber nur in diesem Bereich, ne? Oh. Na, die Lecks kennen wir ja. Das Update, was angekündigt war, ist auch noch nicht erschienen. Ich hab vorher extra noch mal geschaut. Aha, hier sind wir. Die Musik ist schön. Da ist noch so ein Ding, da tobe ich jetzt aber nicht hin. Hi. Was ist das hier? Das war mal ein Friedhof. Das ist das Niebachfeld. Das Niebachfeld? Das ist aber hübsch mit den Laternen, hätte ich beinahe gesagt. Ich hab immer Angst, dass es dann abstürzt. Bereich abgeschlossen. Cool. Wir gucken mal, wo wir sind. Wir sind hier. Ja, ich wollte sowieso da noch hin und hier ist noch ein Dorf, aber da waren wir auch noch nicht. Das kriegen wir doch aber nur von hier. Wir waren in dem Gebiet hier. Naja, hier sind ja auch ganz wenig Texte. Guck mal, Niebachfeld. Deswegen. Jetzt werden wir aber erst mal an die Da... Ist das eine Höhle oder ist das nur ein Ausgang? Das ist eine Höhle, ne? Ich müsste jetzt direkt auf dem Haus drauf zulaufen, wenn ich hier so weitergehe. Da ist das Dorf. Nee, das ist das Haus. Da ist das Dorf. Guck, da ist eine Brücke. Das ist das Haus. Da ist ein Handelsposten. Da oben in dem kleinen Schiff findest du den Ausgerüstladen. Da gibt es auch... Mal sehen. So. Was ist das? Interessant. Hier geht es auch noch weiter. Da hinten ist auch noch eine Höhle. Ja. Naja, wir gucken mal. Wir gucken erst mal... ...ins Inventar. Wartet mal. Ah, so. Na, hier ist schon aber alles weggeräubert, ne? Ich glaube kaum, dass ich hier groß was machen kann. Ja. Ja. Ja, naja, dann heben wir das auf. Oh, der hat sogar gute Sachen. Guck mal hier. Kann ich ihm was verkaufen? Ich hab zu viel, ne? Das ist eine Mündung. Ich verkaufe mal ein bisschen was. Alles, was mit einer 3 vorne ist, so. Ich muss immer so ein System haben. Ich hol mir jetzt erstmal einen Bomber erwartet. Das ist ja widerlich. So, weg. Meine Fresse. Dampfware. Gut investiert. So, okay. Das reicht. Bereich abgeschlossen. Mann. Ach, da ist er ja. Wollte gerade fragen, wo er bleibt. So, wir gucken nochmal. Ich bin jetzt hier. Hier neben mir. Das kann ja nur da oben sein, ne? Hm, das ist aber die Straße. Oder? Nee, hier muss noch was sein. Da hier unten kein Tunnel ist. Also hier. Gucken wir mal hier. Ob hier irgendwas ist. Na, hier kann ich auch nicht weit gucken. Hm. Seltsam. Vermutlich, weil das hier oben so rüber geht, ne? Ich möchte aber eigentlich dahin. Und dahin. Ich muss aber also über diese Brücke. Gott. Da haben wir das auch geklärt. Ich mach mal ein Turbo rein. Hm. So. Kreuzwege sind super. So viele Möglichkeiten. Das haben wir. Ich überlege gerade. Oh, guck mal, da oben. Cool. Kann man hier hochklettern? Der kann doch hier nicht hochklettern, ne? Warum? Huch. Hängt da so ein Seil? Interessant. Kreuzwege sind super. Huch. Ach, das ist mein Tier. Das hat sich hingesetzt. Ah. Ach, da kommt noch mehr. Habe ich gar nicht geschnallt. Okay. Zwei Mal E-Müll. Und Ruckel-Ruckel. Da geht's in den Tunnel. Okay. Ja, du auch, ne? So, Straflagerjacke. Genau, die braucht der Friedner. Der Friedner braucht die. Das sieht aus, als ob man da klettern könnte, ne? Ist hier irgendwas? Nö, ne? Ist hier irgendwas? Nö. Ist hier irgendwas? Muss ja einen Grund haben, warum ich hier... Und er greift wieder den Punkt nicht, weil sie den einfach zu blöd platziert haben hier. Aha, hier kommen wir dann wieder so ne... Ich hab sie gesehen. Ich... Es ist... Funktioniert einfach nicht. Es haut einfach nicht hin. Nochmal hoch. Jetzt hast du... Ich versteh's nicht. Nee. Diese kleinen Ungenauigkeiten kann man sich eigentlich sparen. Jetzt geht's gleich. Deswegen bin ich nochmal hoch. Elf? Hier ist ja richtig Zeug. Da kommt man nur von hier hin. Guck, hier sind drei Stück. Drei so ne Geschütze. Oder vier. Neue Maske. Ja, da könnte ich auch mal gucken. So. Hier ist was Rotes. Oh Gott. Oh Gott. Ja, weiter ist hier auch nicht, ne? Das ist nur, damit wir hier in diesen Bereich kommen. Oh, oh, oh. Aua, aua. Hi. Ich hab dich gesehen. Nicht, dass du denkst, ich hab dich nicht gesehen. Kommt man denn hier irgendwo rein? Hier ist doch noch was drin. Ich hab doch was gesehen. Da. Was ist denn das? Da oben ging's aber nicht, ne? Ja, nochmal hoch. Guck, jetzt klappt's gleich. Oh, die. Oh, die. Freund. So. Nun sag mir mal. Das kann ich hier wieder nix sammeln, weil hier irgendwie, wie soll ich denn hier weiter runterkommen? Die Tür ist zu. Ich hab richtig geguckt. Ne. Gut. Dann kann ich mir hier jetzt sicher sein, dass hier nix mehr ist. Hier kommen wir auch nirgendwo rein. Vielleicht von unten irgendwie. Hier die Tür ist zu. Und hier kommt auch kein Symbol zum Knacken. Passt ja auch. Jetzt, wo wir die verstärkt haben und alles aufkriegen sollten. Weiß nicht, warum der jetzt hier so wegdreht. Ich weiß es nicht. Da ist ein Klingel-Ding. Da fehlen mir noch vier Stück. Ist hier draußen noch was? Ne. Huch. So, jetzt. Du musst die Tasten in der richtigen Reihenfolge drücken. Ich mach erst mal den. Dann machen wir, wenn der sich mal bewegen lässt. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Halt bloß den Mund. Kann ich nicht ab. Kann ich nicht ab. Das kann man nicht abbrechen. Die Technologie von damals ist also immer noch hier. Auch wenn ihre Nachricht veraltet ist. Gut, das haben wir auch gelöst. Sonst ist hier nuscht weiter, ne? Ne. Wie komm ich jetzt da in dieses Gebäude? Von da. Vielleicht. Kommen wir hier oben auf die Telefonzelle rauf. Nein, nicht rein. Einfach nur so. Ja. Oh. Oh. Cool. Cool. Ja, irgendwie. Vielleicht führt mich ja auch noch später eine Mission dahin. Aber hier ist definitiv kein Weg rein. Dann bin ich gegen die Mauer gelaufen. Ah. Die Süßen. So, jetzt gehen wir mal in den Tunnel. Aber ich hab hier nicht mal ansatzweise alles gefunden. Hitze. Ja, heute geht's ja. Aha. Da ist Bio. Bio. Was war das? Hast du mich beschossen? Überragende Beute 1 von 4. Hier sollen noch mehr überragende Beute sein. Vielleicht sollte ich mal in dieses Fahrzeug gucken. Das war aber keine überragende Beute. Ein Schlüssel für jedes Schloss. Ach, den Schlüssel hatte ich. Aha. Ja, ich hatte ja mal Schlüssel gekauft. Das ist schon eine Weile her. Na, das kriegen wir aber jetzt fertig hier. Sehr schön. Huch. Naja, wie gesagt, die Lecks, die kennen wir ja, ne? Aber das Geruckel nicht. Und er zeigt mir hier mir hier was an und ich komm da einfach nicht rein. Und das macht mich krank. Krank macht mich das. Ich will da. Kann man hier mit der Faust. Sehe ich hier irgendwie eine brüchige Wand. Mit der Klonk-Faust. Kreuzung 8K. Motortunnel. Ach, das ist der da. Und da hinten ist erst das Lager. Oh. Ja gut, zu diesem Lager begebe ich mich jetzt mal. Warte mal. So. Ich glaube, wenn wir hier hochgehen, müsste das funktionieren, ne? Ja. Ich würde sagen, in diese Richtung, ne? Ja, dann können wir da auch... Ich weiß nicht, soll das ein Ressourcenturm sein? Oder was soll das sein? Das ist das andere Lager. Hm. Vielleicht wissen wir mehr, wenn wir hier... Das ist tatsächlich ein Ressourcenturm. Der wird so angezeigt. Seit wann das denn? Ist mir noch nie aufgefallen. Gut. Dann werde ich da jetzt mal hin mich begeben. Erst mal hier hin mich begeben. Guck mal, was da ist. Das ist nicht der Ressourcenturm. Hier ist so eine Stele. Seid ihr böse? Ne, ne? Die kann man fangen. Und da kann man beten. Dann kriegt man einen Psi-Punkt. Welterheld. Na toll. Hallo, Freunde. Ja, wie gesagt. Ich gucke mir das jetzt an. Wenn das interessant sein sollte. Das war ich aus Versehen. Och, beinahe das Tier erwischt. Der melde ich mich wieder, ne? Tschüss. Das war's. Understood. Untertitelung des ZDF, 2020